Im Januar 1990 sind dann Künstler eingeladen worden, die Mauer vom Osten, von der Ostseite künstlerisch zu gestalten. Ich musste mir Gedanken machen, welches Motiv geeignet wäre. Und ich kam zweimal am 9. November, was eine Art Zahlenmystik darstellt. 9. November, Reichskristallnacht 1938, 9. November 1989, Maueröffnung, auf die Idee, dieses Bild hier anzufertigen. Es war das erste Motiv, was fertiggestellt war an der Eastside Galerie. Einige andere Maler haben damit begonnen. Aber das erste Bild, was komplett fertiggestellt war, und zwar zum Wahltag, zu den ersten freien Wahlen der DDR am 18. März 1990.